Diese Bässe machen mich kirre. Halt still. Ich find die kribbeln schön in den Füßen. Die Musik hat er doch früher nicht gehört. Findest du nicht, dass er sich seit Rodos merkwürdig entwickelt hat? So, danke. Ja, hat er. Aber hast du schon mal was von Pubertät gehört? Ich hatte in dem Alter Haare bis zum Arsch und die Musik, die ich gehört hab. Also, das muss ich ja wohl nicht sagen. Was machst du denn da? Was ist das für ein Buch? Ich lese gerade. Wieso bist du in meinem Zimmer? Ich mach die Musik leiser. Du wohnst hier nicht allein. Ich mag es nicht, wenn du hier reingehst und einfach meine Sachen durchsuchst. Was? Das habe ich nicht gemacht. Ich wollte nur die Musik... Komm. 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 Komm.